So langsam frage ich mich echt, ob ich hier The Last of Us oder Resident Evil spiele. So langsam frage ich mich. Das Bereich ist aber nicht so schön. Ich mag keine Horror-Spiele. Da kommen wir dann nicht hoch. Da ist keine Leidung. Da ist nicht so schön. Hmm. Hey. Hey. Oh, so. Bitte? Oh, okay. Einen Clip krieg ich schon wieder, weil ich zu dumm bin. Ah! Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Ich dachte, wer eine war. Verdammt, ich muss hier raus. Hm. Okay. Nur zum Teufel bin ich hier. Okay. U-Bahn. Mal wieder. Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Hm. Abkürzung durch den Park. Okay. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass wir eigentlich nicht da müssen, oder? Okay. 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 Ach, nicht mehr zu blöden. Okay. 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 Komm, töte mich noch mal! Keine Chance. Mhm. Ja, aber die kommen ja direkt auf mich zu, das ist ja voll scheiße. Leg dich hin! Ja. Oh, fuck. 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 Ah! C'mon! Hm. Sucht weiter, Arschlöcher. Ja. 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 Guck mal. Wo sind die scheiß Arscher hier? Oben am Türchen ist ein Kopf. Oben am Türchen? Ja, ja, ja! Oh, fuck, I... Oh, fuck, I don't know. Oh, fuck, I... 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 Hätte ich auch ruhig mal eher drauf kommen können, dass da so Wiese alles cool ist. Oh, fuck, I... Oh, fuck, I... Ah, das ist das... Achte aufs große rote... Äh, Skars, scheiße auf die... Konzentrier dich darauf, warum du hier bist. Das ist schon merkwürdig. So, ich kann das erstmal wieder abmachen. Ich würde gerne wieder zurück ins Theater. Sicher. Ja, fein. Ähm. Ja. Warum aber nicht? Sind hier Tauben? Ich hoffe, es sind Tauben. Das ist Tauben. Das muss sein. Oh, guck mal gerade. Okay. Hast du den Viechern, die hier rumlaufen? Jetzt sind wir 201. Wie hieß der Film nochmal? Da sind wir auch 201. Ne, 401, ne? Ein verratztes Taschentuch hinterm Kopfkissen. Was ist das? So, jetzt ist die Frage, hier raus oder Treppenhaus? Ging's dem Treppenhaus eigentlich noch höher? Optisch ja, aber... Treppenmäßig? Nein. Okay, höher darf man nur mit Aufzug fahren. Oder per Feuerleiter. Nee. Danke, die Pillen brauchst du ja nicht mehr. Falls jemand diesen Zettel findet, meine Frau Paige wartet im alten Konferenzzentrum Ecke Pike. Das ist scheiße. Und kam Menschen auf mich, direkt gegenüber vom Kopf. Bitte bringen Sie ihr diese Medikamente, sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es. Aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt, habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum noch kommen, oder? Mir wird langsam kalt. Sorry, schlechter Witz. Ich habe so viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut. Ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen können. Schlechter Witz. Okay, meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechten Witze bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Simon. Ficker. Tja, Simon. Scheiße. Scheißendreck. Oh, da liegt noch was. vor allem. Und dann gossip. sword Composken. Kannst du uns die Oh, da wurden alles in der Welt geblündet. Mir schlägt mir. Oh, gos. Man wird ja gar nicht dazu gelassen, ins Krankenhaus zu gehen, wenn man vorher abgeknallt wird. Darf man gar nichts mehr machen? Wir sind voller Sünder. Ich befreit ihn. Dann wird sie meine Liebe spüren. Der Spaß geht weiter. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Aha, wie gehörst du dieser Lea? Sie führe uns.